Die Ära von Thomas von Hessen ist in Kapfenberg beendet, zumindest als Cheftrainer. In Zukunft wird von Hessen als Sportdirektor tätig sein. Neuer Cheftrainer ist Klaus Schmid und auf ihn wartet eine schwere Aufgabe. Ja, man kann jetzt nur einmal die Köpfe frei bekommen. Den positiven Spirit, den ich jetzt durch meine Neubestellung an mir erfahren habe, einfach den Spielern weiterzugeben. Und ich hoffe, dass sie das in den nächsten Tagen annehmen. Und wir können dann mit dieser gemeinsamen positiven Einstellung am Freitag schon einmal die ersten Teilerfolge landen. Der Präsident hat gesagt, Sie sind ein Mann des Inneren, aber trotzdem ein bisschen weiter weg von der Kampfmannschaft. Wie haben Sie den Herbst im Grunde genommen jetzt einmal miterlebt? Ja, ich war eigentlich ein Falken, oder bin nach wie vor ein Falken-Fan. Und diese Entwicklung war natürlich nicht positiv anzusehen. Ich bin jedes Heimspiel auf der Tribüne gesessen und habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, warum es nicht läuft. Habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wenn man jetzt da unten sitzt als Trainer, was geht ihm in dem Cheftrainer vor? Wie reagiert er? Und das sind einfach Dinge, die dann halt mitgewachsen sind. Und es hat mich dann trotzdem überrascht, am Samstag, wie ich den Anruf vom Herrn Präsidenten bekommen habe, dass er mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, dieses Amt zu übernehmen. Jetzt ist es ja so, dass es einen Trainer nicht nur gibt, sondern er fordert auch. Die Winterübertrittszeit steht vor der Tür. Kann sich der neue Trainer vorstellen, neue Spieler zu holen? Ein Trainer ist immer froh, wenn er Spieler bekommt. Das ist so. Und wir schauen jetzt einmal in diesen Tagen, jeder Spieler oder jede Mannschaft reagiert auf einen Trainer anders. Und ich erhoffe mir eigentlich von Spielern, die jetzt vielleicht ein bisschen im Hintergrund gestanden sind, die jetzt nicht so unbedingt die erste Geige gespielt haben, eine Reaktion. Und dann wird man sehen, ob sich der eine oder andere sogar jetzt da präsentiert. Und dann wird man sich denken, wird man sich überlegen, auf dieser Position braucht man gar keinen, weil wir da ja einen gehabt haben, der in kürzester Zeit explodiert ist. Und auf das hoffe ich eigentlich, ja. Thomas von Hesler hat im Interview immer gesagt, naja, die Mannschaft braucht noch Zeit, hat gebeten um Geduld. Wie lange haben Sie als Neotrainer jetzt Geduld? Ich habe in dieser Phase eigentlich keine Geduld, weil ich ja von meiner Persönlichkeit her nicht unbedingt ein geduldiger Mensch bin. Das wird mir auch jetzt vielleicht einmal das eine oder andere Mal vorgehalten. Aber ich fordere von den Spielern Leistung und Bereitschaft über professionelle Einstellung, über Emotionen am Platz. Das fordere ich ab heute, 10 Uhr. Und das habe ich eigentlich auch schon gesehen beim Training. Erben Fuchs, ein neuer Trainer. Kann man das jetzt so bezeichnen, dass es zwangsläufig so hat kommen müssen nach den Leistungen im Herbst? Na ja, das kann man so bezeichnen. Die Leistungen waren einfach so, dass auch der Trainer das so eingesehen hat und gesagt hat, eigentlich, ja, er weiß nicht mehr, was er da machen soll. Und dann haben wir uns entschieden, vielleicht jetzt zu spät, aber wir haben uns entschieden, dass wir das jetzt so durchziehen. Und ich glaube, jetzt ist es gut und richtig, dass wir das gemacht haben. Warum gerade jetzt den Klaus Schmid? Ja, der Klaus Schmid ist ein anerkannter Fachmann, hat Sport studiert, ist Sportmagister und passt auch ins Konzept. Also man muss ja auch entsprechende Leute für solche Spitzenpositionen besetzen und kennt jetzt den Verein, ist jetzt das zweite Jahr bei uns. Und ich glaube, das wohnt hier, kommt aus der Region, ist auch ein wichtiger Faktor. Und diese Dinge haben wir alle zusammengespielt, dass wir sagen, okay, er ist für uns der richtige Mann. Jetzt hat man eine zusätzliche Ebene eingebaut für Thomas von Hesen, er ist ja Sportdirektor jetzt, seitdem Klaus Schmid der neue Cheftrainer ist. Ist das so eine Versorgungslinie, die man eingebaut hat, weil man aus dem Drei-Jahres-Vertrag nicht herauskommt? Oder sagt man jetzt, okay, jetzt gehen wir es noch einmal von vorne an, beginnen wir mit Null und der Sportdirektor Thomas von Hesen, der von seinem Wissen her sicher ein geeigneter Mann dafür ist, den nehmen wir dazu? Grundsätzlich war das immer so in der Planung drinnen, dass Thomas von Hesen uns über seine Kontakte für den Vereins viel Hilfe außerhalb vom Sportlichen bringen kann. Das tut er auch und er ist auch ständig dabei. Und jetzt kann er sich auf diese Aufgabe voll konzentrieren. Er ist heute schon nach Nobilgrad gefahren, da gibt es ein großes Turnier, wo von uns zwei junge Spieler eingeladen sind. Die sollen dort, da gibt es ja so eine Scouting-Geschichte, und damit wir an solchen Dingen, die Jungs nicht alleine irgendwo herumreisen müssen, haben wir jetzt den richtigen Fachmann bei der Hand, der auch dort die großen internationalen Leute kennt, die mit dem zu tun haben. Und so in dieser Richtung haben wir das immer vorgehabt. Und auch von der Sponsorensuche her, was größere Sponsoren aus dem Ausland betrifft, da brauchen wir ihn ganz einfach und das hat mit Versorgungsposten überhaupt nichts zu tun. Letzte Frage noch. Geduld war ja im Grunde genommen immer gefordert worden, entweder vom Präsidenten oder von Thomas von Hessen. Wie viel Geduld hat jetzt der Präsident wirklich noch? Es muss ja was passieren, sonst geschieht was, wie man so schön sagt. Die Geduld war jetzt sowieso am Ende und es fangen wir wieder von vorne an. Jetzt werden wir schauen. Ich hoffe, dass ich jetzt auf keine Geduldsprobe mehr gestellt werde in den nächsten Jahren.